Die Interleving Sofa Serie 4210 besitzt eine exklusive Kombination aus Armlehne mit aufgelegtem Kissen und Rückendesign mit T-Steppung. Ein praktischer Schmetterlingstisch mit Buche-Ablageplatte lässt sich im Mittelteil des Trapezsofas ausklappen. Die Sitzelemente lassen sich bis zur Herz-Waage-Funktion verstellen. Dies dient der Entlastung des Herz-Kreislauf-Systems. Auch mit Kopfteilverstellung für eine optimale TV-Position. Die Scherenabdeckungen der Funktionselemente sorgen für eine edle Optik und Sicherheit bei der Bedienung. Wählen Sie zwischen drei Sitzqualitäten, zwei Fußvarianten und verschiedenen Funktionen aus. Eine große Stoff- und Lederkollektion, unter anderem mit einem exklusiven Long-Life-Leder in gewölkter Optik, rundet die Auswahl ab. Die Interleving Sofa Serie 4210 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interleving. Möbel für mich gemacht. Interlevings. Möbel für mich. 20Robot.